Tag geworden ist krass Warte, können wir nicht vielleicht gleich Das war's für dich Ah, ich bin nicht verladen. Es kann nie schaden, mal in der Loge vorbeizuschauen. Hallo, ich habe da noch ein Artefakt. Das muss ich dann noch dazu geben. Irgendwelche Entdeckungen gemacht wurden, während wir weg waren? Ich bin jetzt rief, Captain. Hallo, Cora. Was liest du im Moment denn so? Okay, das war jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr Quartier ist zu ihr. Ja, sagen dann. Dann da hinten. So, das war's. Noch mal so ne komisches Gänz. So. Bin da. Oh der ist schön. Jetzt kille mal. Pental? Ne. Okay. Ähm. Ich hab noch einen Skillpunkt. Okay. Erstmal ne. Lustig. Okay. So. Das muss ich noch machen. Den hier. Okay. Laser. Hm. Laserwaffe nehmen. Stolisch Rotflinte nahe Krampfen. Ich mein hier. Handeln. Soziales. Oh ja. Das ist wichtig. Wie geht's mir? Alter sehe ich fertig aus. Hey. Brauchst du was? Ja. Klar. Aufstehen. Die Sterne warten nicht ewig. Ja gut. Hier haben wir glaube ich nix neues oder? Du siehst gut aus. Na klar. Du siehst gut aus. Das ist gar nix. Klebstoff. Hey. Wie geht's dir? So. Da war doch was wo Krebstoff gefehlt hat. Ah da. Irgendwo. Ich bin mir sicher. Da war was mit Krebstoff. Aha. Aha das Klebeband ist kein Krebstoff. Okay. Aber ich kann gerade mal bisschen was ablegen ins Inventar. So ähm Frontier. Nein. Uh. Das ist fett. Ja. Oh der hat viel. Ich hab Plus. 59. 59. 59. Das nehme ich mit. Das ist gut. Feuerate 40. Feuerate 10. Magazin 6. Magazin 20. Nein das ist voll dicht. Also. Mhm. Ja. Wieder zurück. Nein. Waffen. Ja. Das wollte ich bitte wieder zurück. Waffen. Verhalten wir. Verhalten wir nicht. Verhalten wir. Verhalten wir nicht. Äh. Weg damit. Mach ich Genie. Auch nicht. Teuer. Ja. Mhm. Achso das Ding. Ja. Waffen wir auch nicht. Was ist der? Der bringt genauso viel sogar schlechter. Ja. Ja. Weg. Da haben wir vier. Hm. Fünf. Wie viel hat die? Wie viel Schuss haben wir? Ja. Ja das ist ja Quatsch dafür. Nix. Hm. Der Rattler. Wo ist denn meine Equinox? Da. Nehmen wir doch die. Nein. Nein. So. Nochmal Kuh. Nochmal Waffen. Der weg. Die hier wird genommen. Ich aber nur wenn wir sie brauchen. Da müssen ja 20 Leute weghauen. Ah klar ist echt gut. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Wie nah ist der? Rucksäcke. Zurück. Anzug. Rucksäcke 2. Schau nochmal. Der ist. Hm. Ah. Der ist nicht gut. Weg damit. Okay. Äh. Helme 3. Hier ist ja Quatsch. Der ist schlechter. Okay. Viel. Der ist allem. Wir bleiben bei dem. Oder? Alles weg. So. Ähm. Wieso habe ich das? Weg damit. Ah. Ah. Das ist egal. Hilfe. Brauchen wir. Nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht. Waren. Aha. Komm. Ja ist gut. Nein. Nein. Machen wir nicht. Nein. Nein. Nehmen wir. Notizen. Notizen. Die wiegen alle nichts. Wenn sie was wiegen, dann legen wir sie ab. Wollte ich nicht. Ja. Ressourcen. Äh ja. Alle Ressourcen. So. Sonstiges. Wie Dietrich. Ein Klebeband. Noch ein Klebeband. Was? Einer. Oh. Ich sehe gerade. Wir haben. 109.000 Kredits. Okay. Alles also nicht so wichtig. Gut. Dann können wir jetzt weitergehen. So. Wir haben die richtige. Dings ausgerüstet. Dann. Gib ihm. Boah. Ich habe etwas gegessen. Das war nicht gut. Macht mich müde. Oh ja. So. Wo müssen wir hin? Wir gehen in diese Richtung. Tau C. E. Wir sind. Wir sind jetzt schon böse. Ist doch Quatsch. Sarah macht keinen Mist. Mist. Gut. 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 Dieser ist hier nix. Hier ist super. Hier nehmen wir was. Hier macht der was. Oh Gott. Guck mal auf. Come on. Ey. 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 Ich hab keine Ahnung. Ey. Ey. Ja. Hier ist nichts wie wirklich, ich habe gar keine Lust mehr drauf. Das ist eine feindliche Fauna. Eine hässliche Flora. Ist da nichts zu sein? Nein. So, haben wir jetzt wieder ein Tempel oder? Äh. Sieht dann im Wartefakt aus. Aber das wäre dann ja in einem. Was willst du mir sagen? Bill. Oh, was willst du mir sagen? Tommy. Tommy. Scanne weiter, dann findest du auch was. Jaja. Gut. Oder Galgen. Ich habe erstmal blutorange Algen gesehen. Ja. Ich bin mir sicher, dass wir irgendeine Reisen brauchen. Und wieder die. Okay. Ist drauf. Okay. Ist drauf. Ja. Da ist aber Nickel dabei. Nickel brauche ich glaube ich. Ist ja jetzt nur das Ei. Super. Ich bin da oben. habe ich auch schon da waren das ist eisen auch eisen sein aber man weiß ja nie haben wir doch mal was wir brauchen können nein da waren wir schon, wieso sind wir jetzt eigentlich hier weg? das ist glaube ich falsch oh das ist ein höhleneingang, das hätte ich so nicht erkannt ich weiß auch wer jetzt wieder kommt